Ab und zu sieht man in der Stadt Geschäfte, in denen Schallplatten verkauft werden. Die Schallplatten sind meist schwarz und auf ihnen ist Musik gespeichert. Früher gab's die viel. Sie wurden auf so komische Dinger gelegt. Schallplattenspieler sind das. So konnte man die Musik hören. Und heute hören wieder mehr Menschen Schallplatten. Sie nennen sie auch Vinyl. Mich interessiert, wie kommt die Musik auf die Schallplatten und wie werden solche Platten gemacht? Um das herauszufinden, habe ich auf einem Stick Musik mitgenommen und bin nach Leipzig gefahren. Dort gibt es eine Firma, die Schallplatten herstellt. Als erstes treffe ich Tom. Ich gebe ihm den Stick und er lädt die Musik auf seinen Computer. Damit sie sie später auf der Platte gut anhört, muss Tom die Musik zuerst bearbeiten. Ist ja klar, was ich mitgenommen habe. Kennt ihr alle? Die Töne hört man aus zwei Lautsprechern. Zusammen entsteht ein räumlicher Klang. Man nennt das Stereo. Vom Computer schickt Tom die Daten zu diesem Turm. Hier werden sie in Strom umgewandelt. Und warum das wichtig ist, das sehen wir beim nächsten Gerät. Bei diesem hier. Das ist eine Schneidemaschine. Hier wird die Musik auf diese glänzende Scheibe übertragen. Es ist eine Metallplatte, die mit Kunststoff ummantelt ist. Die ist glatt, da ist noch nichts drauf. In dem dreieckigen Schneidekopf sitzt ein ganz scharfer Edelstein. So sieht der in Nah aus. Stichel nennt man den. Und da sind auch noch diese beiden silbernen Dinger. Die nennt man Spulen. Fließt Strom durch die Spulen, dann bewegt sich innen ein Magnet. Und der bewegt den Stichel. Da sieht man's. Das ist der Grund, warum die Musik in Strom verwandelt werden muss. Nur so bewegt er sich, der Stichel. Wie der arbeitet, zeige ich euch an einem Modell. Das ist die Platte. Und das der Stichel. Kommt Strom durch die Spulen, dann wird er bewegt und schneidet eine Rille. Strom aus der rechten Spule bewegt den Stichel nach rechts. Kommt von links Strom, dann schneidet er links. So entsteht die Rille und der Stereoton. Es gibt zwei Spulen, weil die Musik gleichzeitig von zwei Seiten. Links und rechts kommt. Ihr erinnert euch, die Musik kam auch aus den Lautsprechern. Links und rechts. In der Schneidemaschine wird mit dem Stichel eine ganz feine Rille geschnitten. Während der Stichel schneidet, dreht sich die Scheibe. Da kann man die Rille schon sehen. Der Stichel schneidet eine lange Rille, indem er immer weiter bis zur Mitte der Platte fährt. Im Prinzip könnte man die Scheibe jetzt auf einen Plattenspieler legen und sich die Musik darauf anhören. Aber dann hätte man ja nur eine Platte. Und Musiker möchten natürlich viel mehr Platten verkaufen und deswegen muss sie kopiert werden. Dafür nimmt Michael die Scheibe und mit diesem komischen Ding kratzt er in der Mitte, wo keine Rillen sind, den Kunststoff ab. Darunter sieht man das Metall. Das ist wichtig, denn Metall kann Strom leiten. Der schwarze Kunststoff kann das nicht. Bevor aber Strom ins Spiel kommt, muss die Scheibe erst einmal sauber gemacht werden. Sonst könnte die Musik später beim Abspielen knacken. Jetzt kommt die Scheibe in ein Schaukelbad, also in so einen Behälter, der hin und her schaukelt. In der Flüssigkeit ist ein Metall gelöst. Das kann man nicht sehen, aber während die Scheibe im Bad ist, lagern sich kleine Teilchen an der Scheibe an. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Die Scheibe ins Bad und etwas bewegen. Und die Kugeln, das sind die Teilchen aus Metall, die haften fest. Das Minus bedeutet, dass sie negativ geladen sind. Und so ein negatives Teilchen ist am liebsten mit einem positiven Teilchen zusammen. Wie das dazu kommt, das zeigt mir jetzt Michael. Er nimmt die Scheibe und hängt sie an einem Drehteller auf. Aus der Spritzpistole kommt eine Flüssigkeit, in der Silber gelöst ist. Das ist ja auch ein Metall. Die Silberteilchen sind positiv geladen und deshalb zieht es sie zu den negativ geladenen Teilchen auf der Scheibe. Sie hängen sich richtig fest aneinander und so entsteht auf der Scheibe eine hauchdünne Silberschicht. Richtig gut gelungen ist diese Schicht, wenn sie wie ein schöner Spiegel aussieht. Wieder abspülen und bevor es ins nächste Bad geht, kommt ein Gummiring um die Scheibe. Warum der wichtig ist, sehen wir später. Jetzt erklärt sich erst einmal, warum die Scheibe in der Mitte freigekratzt wurde. Denn im nächsten Bad kommt Strom dazu und der fließt hier über die Mitte durch die gesamte Scheibe. Dafür kommt die Scheibe auf eine Halterung. In dem Bad ist Nickel, hier diese silbernen Dinger. Das ist auch ein Metall. Jetzt noch festschrauben und dann geht der Deckel zu und der Strom an. Mithilfe des Stroms setzt sich in dem Bad der Nickel auf das Silber. Das gibt dann noch eine Schicht. Dreieinhalb Stunden dauert das jetzt. Dann ist die Scheibe matter. Das liegt an der Nickelschicht, die jetzt drauf ist. Und durch die wird das Ganze erst stabil. Konstanze holt sich die Scheibe und macht dann den Ring ab. Der hat verhindert, dass sich Nickel am Rand absetzen kann. Sie feilt ein bisschen vom Rand ab, damit sie die Silber-Nickel-Folie von der Scheibe abziehen kann. Diese Metallfolie ist eine Kopie der Scheibe. Nur genau andersherum. Wie bei einem Teig, den man in eine Waffelform gibt. Ich mach das mal vor. Dort, wo am Anfang beim Waffeleisen Berge sind, sind in der fertigen Waffel Täler. Genau so entsteht die Kopie der Platte. So kann man aber noch nichts mit ihr anfangen, denn es ist ja jetzt alles genau andersherum. Deshalb gehe ich mit dieser Kopie weiter zu Peter. Damit die Platte später schön rund läuft und nicht eiert, wird die Mitte ausgemessen. Und genau dort ein Loch ausgestanzt. Anschließend wird vom Rand noch der ausgefranste Teil abgeschnitten. So, jetzt ist er glatt. Zum Schluss hält Peter die Kopie unter ein Vergrößerungsglas, um ganz genau zu gucken, ob sie auch keine Fehler hat. Die würde man sonst in der Musik hören. Eine Schallplatte hat zwei Seiten. Deshalb braucht man auch zwei Kopien mit unterschiedlicher Musik, damit eine richtige Platte daraus wird. Moritz spannt sie in eine große Presse ein. Erst unten die erste und dann oben die zweite. Genauso wieder wie beim Waffeleisen. Bevor es losgeht, werden noch die Etiketten vorbereitet. Für eine richtige Mausplatte. Über diesen Trichter kommen solche Kunststoffteilchen in die Presse und werden erhitzt. Der Kunststoff hat den schwierigen Namen Polyvinylchlorid. Und da ist das Wort. Vinyl, das sagen ja auch heute viele Menschen zu Schallplatten. Normalerweise sind Platten schwarz. Wir nehmen heute Orangenkunststoff. Der wird warm gemacht und dann in diese Form gespritzt. Kunststoff und Etiketten kommen in die Presse. Der Kunststoff wird auf 200 Grad erhitzt und mit großer Kraft zusammengedrückt. Der Rest quillt über. Die Form wird dadurch genau kopiert. Presse auf, Platte raus und nächster Kunststoff rein. Was übersteht, wird noch mit einem Messer abgeschnitten. Und dann ist sie fertig. Durch das Pressen ist wieder eine Kopie entstanden. Jetzt sind die Berge und Täler wieder da, wo sie am Anfang waren. Und deshalb habe ich jetzt eine Platte, von der man Musik abspielen kann. Natürlich in Maus-Orange. So sieht sie aus, die fertige Mausschallplatte. Jetzt will ich sie mir natürlich auch noch anhören. Und dafür nehme ich sie mit nach Köln. So, Vini. Sie ist DJ. Das bedeutet, sie legt Platten auf, um für ihr Publikum Musik zu machen. Wenn sie die Nadel des Plattenspielers aufsetzt, passiert genau das Umgekehrte zu dem, was der Stichel am Anfang gemacht hat. Die Nadel tastet die Rillen der Platte ab. Ihre Bewegung wird in Strom verwandelt und der wandert zum Lautsprecher und versetzt ihn in Schwingungen. Das ist die Musik, die wir hören. Das klingt echt super. Ein DJ kann aber auch noch viel mehr. Vini kann aus dieser Musik etwas ganz Neues mixen. Und das klingt dann so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.